Heute nochmal ein kurzes Update. Ich war heute früh im Lowes, kurz was einkaufen für das Büro. Und was sehen meine müden Augen? Halloween Stuff, yay! Es ist gerade Ende August, wird anschließend September. Das heißt, wir sind fast noch ein bisschen früh, aber so langsam geht die Halloween Season los und ich finde es ganz, ganz, ganz super. Ich werde auch dieses Jahr wieder ein bisschen den Halloween Nerd raushängen lassen und mal schauen, wie ich bei uns daheim das Haus dekoriere. Ein bisschen die Nachbarn schockiere und meine Frau furchtbar auf die Nerven gehen damit. Aber ich meine, ja, hey, Amerika, Halloween muss einfach sein. Ich habe in Hagenbach schon Halloween gerockt und ich plane dasselbe auch hier. Die Messleide hier liegt ein bisschen höher, aber mal gucken. Ich zeige euch mal kurz ein bisschen den geilen Scheiß, den es hier so gibt. Plastik Scheiß, aber nichtsdestotrotz geiler Scheiß. Schönen Sie kommen für meine Wissen. Ich habe eine Reckfeste für Sie. Yes, come closer. Come right up. This way. You wish to know what lies ahead? Then listen carefully. If you must choose between two e-mails, pick the one you've never tried before. So viel von hier für heute. Bis dann. Tschüss. So viel von hier. 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 Vielen Dank.